Dich auch gleich mitkommen her in der Pommes, ich sag euch auch mit auf, yeah! Nein, hör auf damit! Los! Bomb! Yeah! So Leute, willkommen zu einem Video von GoogleGLP und Steve Fox, der Pommes und Woppy live. Und es ist soweit, das Update ist draußen. Und es ist was Tolles passiert. Man kann jetzt nämlich durch die geheimnisvolle Tür gehen, ne? Papa, kann ich die Tür aufmachen? Komm. Kann ich aufmachen? Keine Ahnung, wie das geht. Papa! Und, wie geht es dir jetzt auf? Wow! Guck mal, da sind omen Manager! Oh, krass! Boah, jetzt guck mal, hier ist Mr. Black, so wie du, Alter! Hallo, hallo! Wer ist das Wobbly I'm in Research Space? Aha! Und wer ist da oben für Fraggles? Was geht da oben ab? Ich glaube, wir müssen alle... Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Papa, ich glaube... Papa, ich glaube, wir müssen die ganze Station durchgehen. Und dann können wir erst da hoch. Los geht's! Hier ist ein Knopf, drück mal. Das ist Popo-Arsch, Dreck! Popo-Arsch! Ja! Ich fang runter! Ich fang runter! Warum ist dein Kopf so übelst grün? Leuchtet ist ja förmlich, Alter! Alter, guck mal, ein Riesen-Laupor! Krass! Stürmt das Ufo! Moin, Alter! You are not supposed to be here! Was willst du denn, Alter? Geh weg! This is a secret base! Let me escort you out! Das ist eine geheime Station, sagt er hier, okay? Da kommt man mit! Hold on! Maybe you can be useful! Also, wir können ihm vielleicht helfen, sagt er gerade, okay? I'm trying to fix this Ufo! Okay, versucht das Ufo zu reparieren. But, er... I missing some parts. Er braucht irgendwelche Teile, damit er das reparieren kann, okay? An dieser Stad... An dieser Tafel hier! Ah, stimmt! Dann ist die Tafel! Ah, okay! Also, darf ich mal was sagen? Wir brauchen einmal Batterien, so eine Ding... Also, so ein Turbo, wa? Ja, und dann noch so eine Steinmauer und dann noch Alien-Schlüssel! Alien-Schlüssel, okay, sehr gut! Vergesst nicht unseren Channel abonnieren! Genau! Äh, ne, das sagt gerade, wenn wir alle Teile finden, dann könnt ihr das Ufo testen, okay? So, Leute, ihr habt's gehört. Wir müssen jetzt anscheinend für das tolle Ufo, das hier finden, die Battery, die Fuse, aus der Fuel und einen Schlüssel dazu, sieht aus wie ein Autoschlüssel mit einer Alien-Familie, okay, sehr nice! Aber da ist wirklich ein Baby-Alien mit dabei, guck hier! Ja, hab ich's gesehen, hab ich's gesehen! Cooles Ufo-Alter, nice! Wollen wir jetzt weitergehen? Ja, lass mal gucken, was hier abgeht! Die sind überall so Man-Man-In-Blacks, ey! Oh, guck mal jetzt eins dann! Wollen wir jetzt, Papa, komm mal mit, Papa! Ich glaub, ich hab' einen geheimen Raum gefunden! Stimmt! Oh, hier ist wieder Man-In-Black! Man-In-Black, hallo! Man-In-Black! Au, was ist das hier? Hier ist ein Raum! Au! Wow! Wer ist das hier? Okay! Hey, you are a scientist! Okay! Wait, this could be good! Kann das gut sein? We told us, we couldn't send any more scientists down here! Okay, eigentlich dürfen sie Keime irgendwo runterschicken, keine Ahnung! We are using a shrinking machine! Ah, okay! Das ist eine Schränkmaschine! So, ich bin... Papa, Papa, ich hab' ne Idee! Du bleib'n groß und ich bleib'n klein! Ne, ich führ' auch da rein! Äh, wo gehst du hin? Nimm dir ja Pommes! Äh, jetzt bist du weg! Ne, ich bleib'n klein! Du bist weg! Lol! Er sagt, das sind die, ähm, die UFO-Schlüssel! Okay, jetzt müssen wir alle vier Teile anscheinend irgendwo hier finden! Okay! Papa! Okay! Wir dürfen jetzt reingehen! Du bist schon drin, wie ich es sehe! Ich geh' jetzt auch rein! Lass mal die... Was ist, geht hier eigentlich ab? Es ist volles Labor hier, Alter! Leute, guck'n euch das an hier! Wow! So, wir drücken den Button! Und... Okay! Oh! Ich werd' geshrinkt! Lol! Ich bin super klein! Ich bin auch super klein! Die Mucke! Ey, kleiner Dinero-Pommes, was geht? Papa, guck'n, hier ist so ein Laborer! Guck'n, hier! Den hab' ich gerade gesehen! Hey, hey! Over here! Papa, guck'n, hier auf dem Tagabuch! Hallo, was geht? You look different to other others! Die sehen irgendwie anders aus! Sind die auch Aliens! Maybe you can help! Okay! So, der Typ sagt, er hat Probleme, sein Team zu finden! Okay! If you could find from all, das wär' amazing! Okay, wir sollen jetzt irgendwelche Wobblies finden anscheinend! Okay! Ich hab' auch ein Tagebuch, die müssen wir finden! I've drawn the pictures on the notepad! Ah, okay, da stehst du grad! Ist der hier und erwartet! Na toll! Ich will die ganze Arbeit machen! Was hast du hier? Ah, okay! Die müssen wir finden! Oh, guck' mal, am Ende kommt so ein Tropfen! Missing Silence! Okay, eine Frau, irgendein paar Prof... Und ein folgter Professor, alter! Okay! Papa, komm mal mit! Ich zeig dir mal was Cooles! So, Leute, das heißt, du wirst jetzt die komischen vier Assistenten finden! Dann lass' mal losgehen, oder? Papa, guck' mal, komm mal mit! Was los? Das ist ein Riesenknopf! Okay! Papa, darf ich den drücken? Was ist das denn hier? Eine Flasche als Auto? Lol! Okay, los, fahr! Gib Gas mit der Flasche hier! Los! Oh, guck' mal hier, so rote Button! Ja, ich hab' schon gesagt, das ist ein Riesenknopf! Wirst du ein Auto dagegen fahren? Äh, okay! Das ist jetzt gedrückt! Wir sind auf das Tagebuch! Ah, okay! Komm mal, komm mal, komm mal! Ah, der hebt uns hoch! Danke, Mr. Professor! Vielen Dank! Wie weit! Ey, ist ja wie so eine Obby hier, wa? Von Roblox! Ich bin da unten! Warum? Wow! Okay! Ach, jetzt müsst ihr da hochspringen, wa? Auf die Dinger! Papa, ich bin gestorben! Okay, guck' mal, wir müssen da oben hochspringen! Na, was noch mal? Ist ja nicht schlimm! Krieg' ich jetzt hier Feuerarm hoch? Manu! Ich krieg' das nicht hin, wenn du da bist! So, ich warte hoch! Los, komm! Okay! Los, rüber! Hilf mir! Lass' dir! Oh, nein! Okay, dann gehen wir zuerst vor! Gehen wir zuerst vor! So, ich glaub' jetzt, wa? Ja, ja, okay! Jetzt spring! Spring! Oh, nein! Spring! Okay, ich hab's geschafft! Ich bin jetzt auf den gelben hier! Ich bin auf den gelben! Und jetzt? Kannst du mir helfen? Ah, willst du alleine? Ja, warte, ich helf dir gleich! Du musst eigentlich nur springen, wenn die Flamme weg ist! Und dann kannst du einfach durchjumpen! Aber kannst du mir helfen bei der Flamme? Ja, warte! Ich muss dich jetzt auch selber safen! Wow, 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 wow! Ready! Und? Wo bin ich jetzt? Okay! Alright! Ja, ja, okay! Gut, ich helfe kurz mal Dinger-Pommes, Leute! Ich bin gleich wieder da! So, jetzt hat man Dinger-Pommes geholfen! Nicht runterschmeißen! So, es muss ein Chantier durch die fetten Flaschen durch, okay! Ja, hier sieht gut aus! Ah, guck mal, hier ist was! Ein Schalter ist hier! Kann man drücken? Nee! Muss ich hier weitergehen einfach? Oder musst du sowas beachten? Wow! Ah, weitergehen, okay! Eine Waage ist hier! Ah, da ist jemand! Ja, stimmt, da ist jemand! Nice, nice! Da ist eine von den verlorenen Personen! Quatsch mal an! You found me! Yay! Bitteschön, no problem! Mein Plan war die App too high for searching keys, but remember, ach so, sie hat Angst vor der Höhe! Okay! Wir müssen, glaube ich, jetzt hier runterspringen! Warte mal! Ah, jetzt habe ich ein Häkchen! Du auch bei der Frau? Ja! Guck mal! Nee, nee! Nein, 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 nein! Guck mal, weiter mal! Sind wir nach oben gegangen? Guck mal, hier, hier! Hier ist eine Rutsche! Hier ist eine Rutsche! Ich geh rein! Ah, nein! Ja, ich komme! Hier ist eine Rutsche! Sieht aus so einem Hamsterkäfig hier! Guck mal! Okay! Warte auf mich! Ich warte auf dich! Kommen Sie rein, Mr. Aiden! Komm, ab geht's, das Abenteuer hier! Au! Ey! Lass mich reingeschubst! Yay! Wow! Stopp, stopp, stopp! Halt, halt! Weiter, komm! Ich glaube, in den Käfig rein! Komm mit dem Käfig! Guck mal, hier ist eine Maus! Hallo, Maus! Nein, das ist ein Hamster! Ach, es ist schon ein Hamster! Moin, moin! Hallo! Nee, wo müssen wir jetzt hier lang? Warte mal! Guck mal, hier geht's lang! Guck mal, hier! Hier ist ein Bleistift! Guck mal hier! Ah, das sieht gut aus! Müssen wir irgendwo hier lang! Komm mit! Du wirst in den ganzen Raum vier Personen finden! Mal gucken, wo die alle sich heben! Hier ist eine, guck mal, eine Riesenpinnnadel! Komm, ich piek dich! Piek! Piek! Oh, guck mal hier! Ah, guck mal hier! Äh, wollen wir zusammen machen? Nee! Na? Was machst du denn? Machen wir das! Komm her, ich piek dich im Popo! Bin ich da? Hier, spring runter! Komm her! Ja! Piek! Ah! Da war ja auch der Weg! Na los! Hallig mal ran! Guck mal, du... Wie heißt die Sendung? Was sind mal kurz die Fixies? Komm mal, Festklammer! Eine Büroklammer! Büroklammer, Büroklammer! Nee, du guckst nochmal die Fixies, die werden auch mal so klein, oder? Ja! So krieg ich jetzt auch so eine Büroklammer? Ah, die kommt zurück! Ah, nice! Okay! Ich fahr auch! Yeah! Wir haben Laser! Laser? Ja! Ach, guck mal, das ganze Büro ist es blöd! Okay! Leute, haben wir es geschafft, über die Seilrutsche durch! Jetzt müssen wir wieder über die Schwämme hier springen! Oh, da vorne ist Laser! Wir dürfen bestimmt nicht rein, oder? Nee! Okay! So, grün, rot! Grün, rot! Du musst immer noch vorlaufen! Guck mal, wie ich es mache! Vorlaufen und warten! Vorlaufen und warten! Okay! Hab's! Wo muss ich hin? Hab's! Mann, ich... Warte mal! Es bringt immer zu weit! Ich hab's! Ich hab's! Ich bin da! Ich bin da! Ein Riesenfisch! Riesenfisch! So, Leute! Also, ich muss sagen, es ist wirklich ein bisschen schwieriger als sonst! Hab' grad Ninderpaar schon zweimal geholfen! Das ist wirklich schwer! Und, ja! Jetzt sind wir mit einem Riesenfisch! Laser haben wir geschafft! Jetzt sind wir hier beim nächsten Raum! Ah, komm, hier ist jemand! Hier ist jemand! Halt, halt, halt! Was machst du denn? Hier ist doch jemand! Hast du dich gesehen? Quatsch den alle hier, den Peter! Ich hätte fast... Thanks for finding me! Okay? All the lasers are scary! I got distracted by the big fish! Not seeing the keys yet! Er hat nicht die Schlüssel gesehen! Zweiten! Check! Nice, nice! So, jetzt sind wir da wieder drüben, wa? Mhm! Kommen wir dann woanders hin nochmal? Guck mal, hier sind doch ganz viele Bücher und so! Da müssen wir bestimmt hin! Guck mal, das sind Bücher! Wie kommen wir denn da hin? Wow! Ich wäre fast wieder zurückgegangen! Okay, Leute! Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen! Jetzt haben wir hier oben die eine Hälfte komplett gemacht! Und da hinten ist auch noch was! Guck mal, guck mal! Ich seh's, ich seh's! So! Ne, warte, lass mal überlegen! Kommen wir jetzt hier alles fertig? Kommen wir in die Bücher rüber? Ne, guck mal! Da unten siehst du den Wagen? Guck mal, da ist wie so eine Treppe! Das Schild mit der Treppe! Siehst du das bei den Büchern? Ja! Komm mal mit, wir gehen mal gucken! Wir können aber jetzt halt wieder hoch, oder? Autsch! So, so, geh jetzt aber hier hoch! Guck mal, das sieht aus wie eine kleine Treppe! Ja! Ja, guck mal, das ist genial! Okay! Oh, guck mal, das ist ein Loch! Ah, stimmt, das ist ein Mausenloch! Bip, 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 bip! Okay, oh! Wow! Oh, guck mal! Hier können wir hoch! Was geht hier ab? Nein, nein, nein! Ich bin runtergefallen! Ah, ich komme wieder hoch! Okay, nice, nice! Okay, super! Leute, ihr seht schon, also es sieht nach einem harten Secret aus! Wir müssen hier alle Sachen finden für das komische Ufo! Und ich hoffe, dass wir es auch echt dann benutzen können! Ich fliege immer... Ah, hier ist ein Geschenk! Stopp, stopp, komm her! Hier ist ein Geschenk! Hier, wo ich bin! Hier, wo ich bin! Komm mal runter, ganz unten! Hier ist ein Geschenk! Okay, super, nice! Wow, es gibt 85 Geschenke, gibt es jetzt? Wollen wir jetzt wieder hoch? Okay! Und jetzt hier rauf! Äh, hier hoch! Guck mal, hier! Oder? Ja! Hier hoch! Und dann ist hier dann die nächste... Boah, ist das umständlich! So, hier geht es wieder hoch! Papa, warte! Ja, ich warte auf dich! Come on, come on! Perfekt! Wollt einfach Papa, dann geht's! Guck mal, ganz hinten ist das nächste Geschenk! Auffassen, 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 auffassen! Guck mal, hier! Ja, da geht's doch noch höher, guck mal! Okay, hier ist ein Loch! Da ist einer! Wer? Wo? 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 Hier! Ah, moin, alter! Moin! Ah, noch zu helfen! Hey, you found me! My friend is stuck up on the leg, okay? If I could for a robotic arm to work, then I could get to him. If you got something to do with the computer, I think. Guck mal hier! Ah, cool! Jetzt haben wir drei Stück gefunden! Äh, Papa, weißt du überhaupt, wie der Code geht? So, was ist hier los? Was für ein Code? Oh! Enter the password, okay! Weißt du überhaupt, wie das Passwort geht? Ah, guck mal, da sind Notizzettel, guck mal! Also, eine 2 ist Anfang, warte mal! Da ist eine 7, da ist eine 7! Guck dich mal, ob du noch ein paar Zettel findest! Was ist denn das? Okay, eine Maus, hast du! Ob du noch ein paar Zettel findest, sind noch Zettel! Also! Guck mal, 7, 2... Achso, die 7 ist an der 3! Hier ist einer, hier ist einer, hier ist noch einer! Also, 2, 9, 7... Oh, bist du wieder runtergefallen? Oh, Mann! Komm, noch mal, komm, guck, ich bin wieder da! So, und wo ist das letzte 2? Da müssen wir anscheinend raten, oder so! Papa, darf ich schon mal 2... Also, mach mal die 2 zuerst, bitte! Ja, ich weiß schon! Da ist die 2, gucken wir, ob es funktioniert! Rauspringen! So, dann die 9! Hier? Äh, nein, ist die 6, die 9, wo ist die 9? Hier! Genau! Und die 7! Und wir wissen nicht, was... So, und die letzte Zahl, äh, keine Ahnung, dann müssen wir jetzt... Ist hier noch irgendwo ein Zettel? Was war vergessen? Hier ist ein Mauspad, hier ist was, ist hier noch irgendwo was? Ne! Dann müssen wir jetzt... Ist hier... Ne... Was ist denn die letzte Zahl? Müssen wir raten jetzt anscheinend? Dann, Leute, dann gehen wir kurz mit den Zahlen durch, also 2 und 7 ist klar, schrieb es einfach nur die 4. Und? Ja! LOL! Gleich der erste Jackpot! Hier ist ein Stopp, den... Äh, ja stimmt, ich hab die Zahlen nur genommen, weil die ganzen vorne rechts waren, LOL. Also, hinten ist die 4, Leute, vergesst nicht, hinten ist die 4. Ja, so drückt man den Knopf, wir gehen bestimmt bergauf, wa? Ja, das ist der Roboterarm, was der Typ gesagt hat, das ist der Roboterarm. Oh, guck mal, hier ist der letzte... Ja, das ist der letzte Professor! Moin, alter, moin! Oh, guck mal, hier sind die Elfgeschlüsse! Ja, nice! Quatsch den an, bis du den bekommst, die Liste! Ja, nice! If wir fahren, wir keep our for Kunden back down, okay. Juhu, ein neues Outfit! Outfit? Ja, ein Professor-Outfit. Ich auch, ja, Unlocked with Sign-Outfit, nice! Wie sollen wir jetzt runterkommen? Gib mir mal die Schlüssel, bitte! Ja. Ich spring runter! Äh, geht es? Ja, ich glaube, Papa, drück mal auf Reset und dann auf das Erste. Ich komm mal zu dir runter, komm zu dir runter. So. Hauptsache, wir haben die Schlüssel, wir müssen den Schlüssel jetzt nicht dem Professor geben, beim Ufo. Den müssen wir den geben. Ich bin groß geworden, ich hab ganz Reset. Ja, ich brauch auch die Schlüssel, warte, warte, ich brauch auch die Schlüssel, ich kann nicht einfach rausgehen, sonst sind die Schlüssel nicht mehr da. Ähm, wo geht's denn hier raus? Wir sind hier, sind wir vorhin gestartet. Bei der Tür, guck mal hier bei der Tür. Okay, okay, stimmt. Oh, cool, wir haben die Schlüssel gefunden. Guck mal hier mit Bleistiften, das ist süß, ey. Sehr gut. So, ich werd jetzt wieder... Ach, aber hier ist ein kleiner Knopf, ist ja auch geil. Hier ist ein kleiner Knopf. Ja, ist gleich wieder groß. Okay. Hast du die Schlüssel? Ich hab die Schlüssel in der Hand, ich hab die extra in der Hand behalten. Genau. Wo bist du jetzt? Hier hab ich, ich hab die Schlüssel. So, komm, jetzt sind wir die Professor. Moin. Kann ich die Schlüssel nehmen, bitte? Ja. Guck mal, wir sind jetzt die ganze Zeit durch das kleine Labor gelaufen, die ganze Zeit, das Labor, aber die ganze Zeit gemacht hier. Wow. Papa, kannst du mir die Schlüssel geben, bitte? Ja, und gib dir meinen netten Ufo-Mann ab. Ja, wohl, das ist ein ganzer Anfang. Genau. Guck mal, da vorne ganz genau, der coole Typ da. Ja, dran. Oh, mein Gott. Ja, wir sind grün, Alter, nice. Hier. Oh. Und? Genau, super, das haben wir jetzt, okay. Das heißt, Schlüssel ist grüner Haken. Okay, jetzt müssen wir die anderen drei noch finden. Na dann, lass mal gucken, was denn da abgeht, Leute. So, Leute, lass mal kurz gucken, wo wir noch was machen können. Wir müssen noch ein paar Sachen finden. Komm, jetzt an die Tür. Halt, guck mal, guck mal hier. Nee, da müssen wir das Outfit dafür haben. Ah, hier. Hier kann man nicht umziehen, okay, okay. Wo ist denn das Outfit, das wir neu bekommen haben? Ich hab die Brille. Was war denn das jetzt? Das Professor-Outfit, der mit der Brille. Ach da, okay, das unten. Ah, okay. Weißer Kittel. Mit meiner Hose. Hä? Ist es die weiße Hose? Ich glaub, die Hose ist egal, glaub ich. Ich denk, es gab keine Hose, glaub ich. Ja. Ich nehm irgendeine Hose. Gibt's da eine Professor-Hose? Nee, ne? Papa, ich bin Professor. Ich nehm einfach die. Hallo, ich bin Professor. Äh, Kucku. Ich bin sehr schlau. Ich bin sehr schlau. Jetzt gehen wir auf Toilette. Hallo, ist ihr besetzt? Hallo. Ja. Hallo, ich muss auch mal kackern. Lass mich, Leute. Wir müssen auf die anderen zwei Toiletten gehen. Oh. Oh, fertig. Oh, fertig hier. Okay. Komm, jetzt soll ich. Warte mal, jetzt haben wir das Outfit an. Guck mal, jetzt können wir bestimmt da durchgehen. Hundertprozentig. Ja. Cool. Oh, guck mal. Zack. Was ist denn hier los? Alter, ist voll secret. Läuft, fliegende Kühe. Fliegende Kühe. Alter, die fliegen. Papa, guck mal hier. Guck mal, die gucken sich eine Quizshow an. Ja, stimmt. Der ist ja voll cool gemacht. Guck mal, einer hat einen Donut. Quizshow. Ufo. Wollen wir jetzt auch das nachschauen? Halt, warte, warte mal. Hier ist auch so ein Ufo. Ufo, Fool, Recipe, Spiegelei. Outfit ist klar. Okay. Oben ist Explosion. Guck mal, unten ist ein grüner Haken. Guck mal, hier ist ein grüner Haken. Achso, ich glaube, ich weiß, was das bedeutet. Du mal kurz Handyfoto. Das heißt, irgendeine... Kannst du die Drohne mal wegnehmen? Ich sehe sonst nichts. Ich habe auch ein Foto gemacht. So, ich habe ein Handyfoto gemacht. Es ist ein grüner Haken und es sieht dann die richtigen Zutaten aus. Das heißt, es ist irgendwie was Rosenes, was Grünes und ein Maiskolben. Einfach mal, mal gucken wir mal. Weil das sieht dann ein Secret aus. Das sieht dann ein Secret aus. Was ist das Ding? Ich glaube, ein Stück Gold und Mais. Na komm, ich habe es noch fotografiert. Falls das brauchen, habe ich es im Petto. Guck mal hier. Lass uns mal hier gehen. Was ist hier? Oh. Hier ist eine geschlossene Tür. Hier geht es nicht weiter. Hier ist eine Minderung. Wow. Okay. Was ist hier los? Hier ist ein Professor. Wollen wir den mal reingehen? Moin, Alter. You don't know what it is. Okay. Kann man hier was drücken? Ne. Ne. Okay. Jetzt ist mal falsch. Lass mal weitergehen. Hier gibt es so viele Gänge. Okay. Hier. Ah, guck mal. Ich kann jetzt Sachen kaufen an Automaten. Papa. Lass uns jetzt rausgehen. Hier ist ein Knopf. Drück hier mal. Ah, am Fahrstuhl. Okay. Kannst du bitte drücken? Nach oben bitte. Nach oben. Warte. Okay. So, Leute. Mal gucken, wo es hingeht. Alter, das ist ja ein riesen Ding hier. Ich fühle mich ja gar nicht zurecht, ey. Wo sind wir jetzt? Wir müssen wieder zurück. Hä? Hier sind wir doch hell. Komm eben. Ne. Ach, sind wir hier oben. Guck mal. Sind wir hier oben, wo der Typ uns geordnet hat. Ah, guck mal hier. Komm mit. Ah, ich komm mit. Da-da. Ah, guck mal hier, was hier ist. Nice. Das müssen wir dem Professor geben. Machst du das? Yeah. Äh? Lol? Okay, hast du es in die Hände geworfen. Okay, nice. Da haben wir es auch gefunden. Leute, das zweite Ding gibt es in der nächsten Tür. Okay. Das heißt, in jedem Bereich gibt es anscheinend irgendwas zu entdecken. Nice. Okay. Da brauchen wir noch Battery und die Tool brauchen wir noch. Papa, komm mal mit. So, warte mal. Lass mal kurz hier organisieren. So, jetzt waren wir hier beim ersten Check. Zweite Tür Check. Augenbezogen Check. Hier, bei den Küsten waren wir noch nicht. Stimmt, das sind riesige Küsten, wa? Stimmt, Alter. Guck mal hier jetzt auch nochmal hoch. Papa. Warte mal, guck mal hinten. Warte mal. Da leuchtet was. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier leuchtet was. Papa, ich glaube, ich weiß, was das bedeutet. Wir sind Farben, Alter. Papa, ich glaube, ich weiß, was das bedeutet. Ja, ich sehe, ich sehe gerade schon. Sag mal, was, was denkst du? Was müssen wir machen? Wir müssen, glaube ich, eins von denen hier, die sortierten Farben hier rauf machen. Ja, hab ich schon gesehen. Da war rot war dabei, grün. Ich glaube auch. Wir müssen jetzt, glaube ich, kann man das ziehen? Nee, wir müssen das mit denen da machen. Machst du das bitte, weil für mich ist das zu schwer. Ach, mit einem Gabelstapler. Okay. Oh Gott. Ich muss die dann auf die Flächen machen, Alter. Leute, jetzt darf ich hier einen Gabelstapler fahren. Ich muss zweimal blau finden und rot und grün. Also grün haben wir ja schon mal. Grün ist ja easy. Holen wir erst mal raus. Und rot. Und rot haben wir auch schon. So, warte mal. Rot haben wir auch schon. Okay. Delf habe ich noch. Ich habe noch Delf. Ja, perfekt. Warte mal, ich muss hier erst mal konzentrieren, Leute. Erst mal hier Gabelstapler Action mit Wobbly live. So, hier ist grün. Warte. Und Delf. Oh, was Arbeit, Leute. Ich mache hier ganz kurz. Sie sehen uns gleich wieder. Ich versuche hier alles kurz einmal zu managen, aber es geht super schnell. Okay. Und hier ist blau, Papa. Ich habe auch noch blau. Ja, perfekt. Ich komme da. Ich kann nur noch eins machen. Und ich sehe noch mal blau. Okay. Ist ja wieder ein kleines Secret, die man jetzt ein bisschen einfacher hat sonst. Aber coole Idee auf jeden Fall. Finde ich super. Komm mal, blau. Hier hinten ist blau. Ich muss erst mal das ablagern, Kleiner. Aber ich bin nicht so schnell. Lass mal bitte, lass mal stehen. Da geht es um mich nicht weiter. Lass den mal stehen. Und wie funktioniert der nicht? So, jetzt ruht. So, jetzt ruht. Das war da hinter mir, ne? So. Lapper du. Okay. So, gehen wir uns mal ab. So, habe ich. Und jetzt? Okay. Ah, guck mal. Nach oben, guck mal. Das sieht aus wie eine Brücke. Guck mal. Komm, lass mal müssen wir irgendwo hochlaufen bestimmt. Lass mal gucken, wo wir hoch können. Hier können wir hoch? Nee. Nee. Hier war, glaube ich, hier war eine Palette. Guck mal, hier vorne war doch irgend so ein Ding da oben. Habe ich ja vorhin gesehen. Ja, guck mal da. Die Rampe. Die Rampe, die Rampe, die Rampe. Oh, Leute. Was für ein Big Secret. Ich hoffe, da kommt was Geiles mal raus. Wir laufen jetzt mal kurz die dritte Ding hoch. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Okay. Formula. Incredible. Was denn? Was denn? Ich glaube, ich weiß, was wir hier machen müssen. Was denn? Wir müssen, glaube ich, das richtige Obst ineinander fügen. Das richtige Obst? Ja. Ah, guck mal hier, hier. Guck mal, hier ist das Zeichen wie vorhin. Guck mal, was ich fotografiert hatte aus dem Raum. Warte mal. Ja, das solltest du so lassen. Warte mal, warte mal. Ja, guck mal, es ist richtig, oder? Warte mal, ja. Ich glaube, du hast recht. Ja, stimmt, das sind die drei Zeichen. Perfekt. Nice. Los, den Schalter drücken. Den Schalter drücken, okay. Und dann? Dann kommt alles von den Farben raus. Okay, der Mix ist jetzt zusammen wie das Riesenlabor, ja? Okay. Okay, fährt mit. Cool. Na, ich würde gucken, was das Ding jetzt hier macht. Jetzt haben wir das reingefüllt. Jetzt kommt jetzt schon der Maiskolben. Oder was ist das jetzt? Ha, okay. Kölben. Und jetzt, so brummelt der. Ah, guck mal, der arbeitet, der arbeitet. Wow. Ah, okay, war richtig. Ah, Leute, das war das grüne Häkchen. Nice, Alter. Nice. Guck mal, hier oben geht es noch weiter, ey. Aber Mama, Mama, muss mal einfach... Ähm... Nee, warte, ist das ein Job? Was ist denn das? Oh, ich will jetzt keinen Job machen. Nee, jetzt nicht. Nee, nee. Warte mal, gib mir... Lass dir das Zeug bei euch abgeben. Lass es mal dem Professor abgeben. Gib mal her. Ich gebe das kurz dem Professor. Komm, bevor wir das hier... Wir können auch hier runter bestimmt, oder? Ja. Komm, warte mal hier. Komm, wir geben es schnell mal ab. Leute, wir haben das dritte Teil von vier. Geil, noch ein Teil. Wir haben es geschafft hier, ey. Nice. Aber uns fehlt nur noch die Batterie. Und warte mal, guck mal. Guck mal an der Seite. Warte mal kurz. Guck mal, hier sind die Zutaten drauf. Guck mal, das war richtig. Leute, wenn ihr das Foto gesehen habt, das waren die Zutaten für dieses Ding. Das war also richtig. Nice. Ja, guck mal, das ist das Ding. Na, gib Ding. Klar, gib her. Schau, das nimmt ja auch an, ey. Ja! War es das? Nee, eine Sache fehlt mir. Ja, aber doch. Aber es war richtig. Guck mal, das war das Fuh. Es fehlt noch die Batterie. Komm, da ging es doch mal... Genau, da ging es... Da ging es doch mal ein... Da ging es doch mal ein Stockwerk höher. Lass mal doch mal hängen gehen. Da ging es nicht weiter. Ich bin auch ein Professor. Ich bin auch ein Professor. Geh weg, man. Hau ab! Hau ab! Hau ab! So, okay. Das haben wir gemacht. Also, Leute, merken, ihr guckt das Video einfach. Maiskolben, dann irgendeinen Diamant und einen Jelly, irgendwas. Und dann habt ihr das zusammen, drückt den Knopf und dann können wir das abgeben. Wunderbar. So, jetzt geht es hier weiter. Ah, guck mal. Jetzt kommen wir bestimmt zur Brücke, was wir gebaut haben mit der Palette. Guck mal hier. Ja, genial. Guck mal. Kann ich als Erster rüber gehen? Na, probier, Alter. Das sieht ganz schön schwierig aus. Kann ich alleine rüber gehen, weil mit dir wird es schon ein bisschen schwierig. Ja, wir machen es alleine. Ja, guck mal. Das sind Leute, die Farmer ordnen, weil die haben verschiedene Größen. Und somit kommt ihr klar. Ey, nicht dich kaputt machen. Oh, nice bin ich auch. Oh Mann, sind wir Bobs. Wow, wow. Hast du es geschafft? Nein. Du musst einfach springen. Guck mal hier. Kiste für Kiste. Zack, zack. Ne, dich nicht, weil ich muss gerade... Ey, uns glaube ich, uns fehlt aus dem Jetpack, ne? So kann man es doch nicht so... Ah, ich habe es. Papa, Papa. Ich habe es. Ich habe es. Hier ist die Batterie, hier ist die Batterie. Papa, bring sie runter. Soll ich die runterholen? Ja. Oh, cool. Und guck mal da vorne. Da ist ein Geschenk. Ey, nice. Holen wir uns später, oder? Jetzt holen wir uns später. Lass, ich will es den Bericht schon abgeben. Leute, wir haben alle Teile. Wie geil ist das denn? Papa, kann ich die Batterie tragen? Ja, aber bist du so stark? Ja. Nimm die Batterie, kleiner Hulk. Nimm die Batterie. Wolle. Cool, Leute. Wir haben alle Teile. Wie nice. Papa. Gib die ab, gib die ab, gib die ab. Ja, habe ich. Und, musst du richtig sein, oder? Ja, ich teste jetzt das Ufo, Papa. Weil ich das jetzt das Ufo. Hä, wo ist meine Batterie? Muss ich die auch abgeben? Hallo? Ich habe nichts bekommen. Lol. Hast du jetzt alles fertig? Ja. Oh, jetzt muss ich nochmal die Batterie holen. Oh, Leute. Die Batterie anscheinend müsst ihr in der 1 hinholen, wie es hier aussieht. Ja. Ich kann mir das Ufo holen. Nice. Wie, du kannst das Ufo holen? Hast du das Ufo bekommen? Ja. Boah, Alter, ich will auch das Ufo. Ey, jetzt muss ich nochmal die Batterie holen. Oh, ist das sick. Schau dir mal raus. Da siehst du das Ufo. Ja, warte, warte mal. Oh, es hat gerade gebebt. Warst du das? Ja. Also, Leute. Alle Teile sind anscheinend, ähm, könnt ihr als Team holen. Aber die Batterie, die müsste jeder einzeln holen. Okay. Oh, Mann, Leute. Ich will auch die Batterie. Yeah. So, mein Professor, das letzte Teil. Yeah, amazing. Okay. Und du? That's all. Parts I need. How exacting we would have a first test. Okay, macht jetzt ein Test mit dem Ufo? Na, testen wir mal, Ufo. Okay. Eingebaut. Zack. Klappe zu. Reingestiegen. Schlüssel rein. Und... Es läuft! Ah, es hat funktioniert. Es hat euch auch das Ufo unlockt. Auch das Ufo. Kann ich jetzt so nehmen? Ja. Okay, kann man nur hier das Ufo holen? Bei den Schlüsseln? Papa, willst du von mir aufgesaugt werden? Ah, ich bin auch ein Ufo drin. Papa, steig mal aus, Papa. Steig mal aus. Kann ich jetzt hier abheben? Papa, steig mal aus, bitte. Warte mal. Wie kann ich es machen? E, up. Q, down. Beam. Hä? Kann man denn auch steigen? Ah, okay. Papa, willst du von mir aufgesaugt werden? Ja, saug mich mal auf. Kann ich ausschauen mit F? Warte mal. Oh, ich muss meinen Ufo runterholen. So. Leute, wir haben hier einen Ufo. Alter, wie krass ist das denn? Wo ist jetzt, äh, hierher gekommen? Ja, kannst du mich aussahmen? Probier mal. Los. Du musst aber still sein. Wow. Kann ich ganz da oben rein ins Ufo? Wann? Ich mach nix. Ich steh nur rum. Mann, es klappt wieder nicht. Stimmt, ein bisschen buggy. Du musst die Maustaste gedrückt halten. Oh, 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 oh. Ich bin wobbly. Ich bin wobbly. Ah, du machst mit mir auch, was du willst. Leute, über nice. Wir haben das Ufo. Cool, ey. Kann man sich das auch an normalen Telefons dann jetzt abholen oder, oder nicht? Ich glaub schon. Aua. Ich... Papa, ich will jetzt mal von hier aufgesaugt werden. Ey, Leute, wir haben das Ufo. Komm, ich sauge jetzt mal den kleinen Steve Fox auf. Jetzt hochfliegen. Und mit der Maus beam ich. Und? Ja, ich kann dich auch beamen. Kann ich dich mitnehmen? Ja, tschüss. Das kannst du nicht machen. Ah, ich hab uns ein Flugzeug, oh, lol. Au. Aber ich glaube, guck mal, ich seh grad die Poweranzeige. Guck mal. Wenn das rot ist, dann muss ich erst mal der Strahl neu aufladen. Und dann hast du wieder Beam-Power. Guck mal. Die wird vorne ohne Verbrauch. Guck mal. Ja, doch, guck mal. Und wenn's rot ist, dann ist die Beam-Power vorbei. Papa, man kann das nicht als Auto holen. Also du musst dann immer in dieses Ding da reingehen jetzt, wa? Ja. Boah, wie cool, ey. Guck mal, lass doch ein bisschen rumfliegen. Komm, schau dir einen Ufo. Lass doch ein bisschen fliegen hier. Papa, ich geh grad zum Ufo. Papa, wollen wir damit die Autos aufmachen? Komm doch, komm doch, komm doch. Komm doch. Kann ich dich aufsaugen als Ufo? Ja. Ich kann ein Ufo aufsaugen. Lol. Okay. Wollen wir ein bisschen die Leute erinnern? Ja, komm, wir tun mal ein bisschen die Woppy-Live-Stand-Erger-Lust. Alter, Leute, wir haben das Ufo am Starten. Mega nice. Coole Sache, ey. So, auf Q geht's down, ne? Ja. Äh, wo bin ich jetzt? Papa, wollen wir... Oh, Alter, was ist jetzt los? Ey, was für eine Aussicht, Alter. Ja, coole Sache. Papa, ich bin grad bei dieser, äh, Dings. Oh, Papa, ich hab ne Idee, wir können eigentlich Autos aufgehen, oder? Äh, Autos. Weißt du nicht, guck mal, ob ich den Parkplatz aufsaugen kann. Ja, guck mal hier. Dich auch gleich mitkommen, Herr Pommes. Siehst du euch auch mit auf. Yeah. Nein, hör auf, da bin ich. Los. Bomb. Ist ja witzig, ey. Kannst ja richtig viel Blödsinn mitmachen. Kann das Auto, das Ufo auch explodieren? Kann das auch kaputt gehen? Ich guck mal, ich gegen Berg fahre. Papa, guck mal. Was denn? Guck mal, ich hab da... Ha, ha. Ha. Ey, überlustig, oder? Sollen wir mal da mal in der Schwimmhalle... Ja. Ja, vielleicht kann man mit Ufo durch die Schwimmhalle glitschen. Komm, wir gucken mal. Vielleicht kann man da rüber glitschen. Komm, wir gucken mal. Alter, das Ufo ist so cool, ey. Nice. Richtig nice. Ufo's Sieg wird beim ersten Mal gelöst, Alter. Richtig gut. Und durch die Gegend gebracht. So, jetzt gucken wir mal, können wir hier durchglitschen? Komm, wir gucken mal. Können wir hier durchglitschen? Nee, sind zu groß, oder? Ist kein Glitsch. Papa, ich will dich mal aufsaugen. Warte mal, ich will mal gucken, haben wir hier irgendwo durchglitschen? Ich will dich aufsaugen. Jetzt bin ich in Ruhe, Mann. Geh weg. Kann man hier irgendwo durchglitschen? Geht das? Papa, kann man eigentlich diese Dinge aufsaugen? Kann man den Ufo ertrinken? Komm, lass mal gucken, wo wir unter Wasser Ufo fahren können. Ich will mal die Autos... Kommst du mit, raus wieder unter Wasser zu kommen? Nein. Guck mal, ich bin unter Wasser. Jetzt. Okay. Oh, unter Wasser ist man, äh, tot. Hey, ich will mein Ufo nicht verlieren. Oh, Mann. Ich will mein Ufo nie verlieren. Oh, Gott. Geil. Und wenn ich jetzt hier, kann ich jetzt hier das Ufo auch auswählen? Nee, ne? Papa, ich will dich mal aufsaugen. Okay? Kann ich dich aufsaugen? Oh, nee, du musst immer zu diesen Ufo-Laden gehen. Okay, okay. Papa, kann ich dich aufsaugen? Saug mich mal auf, okay. Kann ich bis nach oben kommen? Nee, wa? Warte mal, warte mal. Ich hole mir kurz mal ein Jetpack. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich zu dir reinfliegen kann. Warte mal, ich hole mal aus dem Jetpack. Vielleicht kann ich zu dir reinfliegen. Ich warte draußen. Warte mal draußen. Bleib mal nicht ins Wasser fliegen, sonst bist du lost. Leute, ich probiere jetzt kurz mal, mein, ähm, Propellerhut anzuziehen. Und, äh, mein, ähm, Jetpack. Geil draußen. Warte mal. So, wo ist mein Propellerhut? Hier. Ich brauche mein Jetpack. Hallo, Jetpack. Hier. So, ich komme mal raus zu dir. Ich gucke mal, ob ich zu dir reinfliegen kann. Guck mal, du hast da oben so ein kleines Loch. Warte, ich komme mal zu dir. Bleib mal. Bleib mal so, bitte. Nee, hör mal auf. Hör mal auf mit den Strahl. Warte. Ich strahle den jetzt wieder nach unten. Kann man zu dir rein? Ja, ich kann F drücken, da bin ich drin. Lol. Aber ich F für mich auch drin. Cool. Dann auch mit Steuern eigentlich? Nee. Aber warte mal, bleib mal stehen, bitte. Bleib mal stehen. Ich will gucken, ob ich unten reinfliegen kann. Warte mal. Nee, kann man nicht. Doch, ich probiere es. Warte mal. Hör mal auf. Hör mal auf. Ich will gucken, ob ich das funktioniert. Ich will, dass ich dich nach unten fliege. Nein, warte mal bitte kurz. Ja, ja, ja. Nee, hier ist nur eine Scheibe. Hier kommt mal. Ey, au. Ich will mich nicht mit. Na toll, Alter. Genau, hast du. Leute, das war das UFO-Secret. Das heißt, ihr könnt jetzt endlich ein UFO fliegen. Wie cool ist das denn? Das heißt, folgt einfach unseren Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like. Da haben wir weitere coole Videos von uns. Und ja, ich würde sagen, wir heben ab, oder? Steve Fox, hebst du ab? Ja. Du musst erst die Bremsen unten lösen mit C. Ach so, ich fliege jetzt, oder was? Ja. Leute, wir heben ab. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr das UFO haben wollt, wie wir, dann spielt uns das einfach das Secret nach. Eigentlich ziemlich simpel. Geht zum Professor. Sucht die vier Teile, und ihr könnt endlich das UFO fliegen. Geil. Papa, wollen wir mal, ähm, Dings, so ein Auto aussagen? Ja. Steve Fox, was sagst du zu den UFO? Ist das cool oder nicht? Ja, okay. Ist okay, ist mega cool. Ja, hab ich doch gesagt. Na klar, man kann bestimmt noch was verbessern, aber ist schon mal eine mega geile Idee. Jetzt hat man ein UFO am Start. Leute, lasst euch ein Abo, ein Abo, ein Like, für weitere coole Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boom. Äh, tschüss. Äh, 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 äh. Tschüss, Leute. Äh. Yeah. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Untertitelung des ZDF, 2020